Hey Leute, Neostrixx hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich hab's schon ein bisschen angeteasert, auch im Abo-Special, was letztens kam. Es wird ein neues Projekt starten und das ist jetzt soweit. Und das Projekt ist nichts anderes als Minecraft Techtopia. Wer Techtopia nicht kennt, kurze Einführung. Techtopia ist eine Minecraft-Modifikation, die die Villager maßgeblich verändert. Und zwar bekommen die ein bisschen, ja die werden einfach ein bisschen schlauer. Die können unter anderem Bäume fällen, die können selber Sachen anpflanzen und ernten, können die Sachen in ein Lager bringen. Und somit haben wir dann, es gibt natürlich auch noch viele andere Berufe, die wir in dem Projekt hier kennenlernen. Und unser Ziel ist es, ein Dorf zu bauen, was komplett läuft, ohne dass wir etwas machen müssen. Natürlich, wir müssen es bauen und alles, aber am Ende soll es so funktionieren, dass die Dorfbewohner das Dorf selber am Leben halten. Und natürlich, wie schon gesagt, es gibt noch viele andere Berufe und das werden wir alles in dem Projekt hier kennenlernen. Und ja, wir werden jetzt gleich direkt rein starten. Aber bevor das der Fall ist, würde ich mich noch sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt rein ins Video. Viel Spaß! Leute, ihr seht, die Map ist schon vorgeneriert. Ich habe auch hier so eine kleine Startruhe und ich bin auch noch im Game Mode. Das liegt jetzt daran, dass ich euch ein bisschen hier jetzt am Anfang die Umgebung eben zeige. Ihr seht, hier ist eine relativ gerade Fläche und ich habe mir überlegt, wir werden hier so in dem Bereich das ganze Dorf dann aufbauen. Ja, ich werde es so im Mittelalter-Stil, glaube ich, halten. Und bevor, ja okay, jetzt wird es Nacht. Ja gut, also bevor wir dann hier jetzt anfangen, wollte ich euch dann noch eben hier zeigen, was wir hier so drin haben. Also zum einen, wir haben in der Starter-Kiste hier ein paar Items drin. Denn in dem Projekt geht es ja jetzt nicht darum, Minecraft Survival hier erstmal alles Vanilla zu farmen und alles könnte man machen. Ich möchte aber direkt in das Projekt rein starten, damit es nicht allzu langweilig wird, der Anfang. Und deswegen haben wir hier ein Full-Dia-Tool-Set einmal. Dann haben wir hier noch, na okay, das Tektopia-Guide-Buch. Das bekommt man, wenn man rein spawnt. Ein paar Baumaterialien. Und das Wichtigste, das Townhall-Item. Das sorgt nämlich dafür, dass wenn wir jetzt hier ein Gebäude bauen, das dann in Item-Frame über der Tür davon hängen. Da bekommen wir dann nämlich ein paar Villager reingespawnt, beziehungsweise zwei Stück. Und von denen können wir dann Sachen kaufen. Seht ihr alles gleich. Und dann haben wir hier noch so eine komische Münze. Ja, jetzt hat man es kurz gesehen. Die Coin of Fly. Die soll nämlich jetzt einfach erleichtern, dass wir besser am Anfang hier bauen können und alles. Und ja, ich würde noch kurz zum Upload-Zeiten kommen. Ich würde das euch am besten überlassen, wie ihr das am besten wollt. Denn ich habe mir überlegt, jede Woche Freitag könnten wir ein Tektopia-Video, könnte ich eins raushauen. Und wenn ihr es wollt, auch am Montag, dafür fällt dann erstmal, solange das Projekt läuft, das Sekundentutorial weg. Dass wir pro Woche zwei Videos bekommen von Tektopia, würde ich auf jeden Fall machen, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Und wie ihr auch schon sehen könnt, ich habe mal gerade wieder Tag gemacht. Ihr seht, die Welt sieht auch nicht so aus, wie man es jetzt Vanilla kennt. Ich habe einen realistischen Welten-Generator noch als Mod hinzugefügt. Der sorgt dann dafür, dass die Welt ein bisschen schöner aussieht und alles. Und Leute, was noch wichtig zu sagen ist, wir befinden uns hier nicht in der 1.17, sondern in der 1.12.2. Das liegt einfach daran, dass die Tektopia-Mod nur für diese Version erhältlich ist. Und was ich gemacht habe, denn ich habe mich an die neuen Texturen gewöhnt, denn ab der 1.14 gab es ja neue Texturen, neue Standard-Texturen. Und deswegen habe ich hier noch ein neues Texture-Pack reingepackt, 1.16er Texturen für die 1.12. Und ich kann jetzt natürlich auch, wenn wir es wollen, hier noch zusätzliche Mods hinzufügen, die andere Blöcke noch hinzufügen und so. Aber fürs Erste würde ich sagen, können wir jetzt erstmal rein starten ins Projekt. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal in den Game-Mode 0. Noch Leerzeichen. Und da sind wir im Survival-Modus. Und dann zeige ich euch jetzt natürlich nochmal eben, was die Coin-of-Fly kann. Denn wir sehen, ich bin jetzt im Survival-Modus und wir können trotzdem rumfliegen wie im Kreativ-Modus. Soll einfach dafür sorgen, dass wir leichter hier die Gebäude bauen können und alles. Und auf jeden Fall werde ich das nur für die Gebäude benutzen und nicht um irgendwie die Welt zu erkunden. Das ist mir auch noch wichtig. Und ja, das Toolset haben wir hier. Und ich würde sagen, wir bauen dann jetzt erstmal eine Town Hall für unsere Villager. Dass die hier unser... ja, ich würde sagen, dass die dann fürs Erste hier ihre Arbeit machen können und wir dann das Dorf aufbauen können. Ach ja, und was ich noch vergessen habe. Wir werden jetzt nicht hier selber irgendwie hier stundenlang Diamanten buddeln gehen oder so oder Holz die ganze Zeit abfarmen, sondern wir werden das den Villagern überlassen. Denn wie schon gesagt, wir wollen ja hier komplett nur uns auf den Dorfbau fokussieren und die Villager hier paaren und alles. Und da stört das, glaube ich, ein bisschen, wenn man da den Vanilla-Style drin hat. Das haben wir ja schon in So geht Minecraft. Da machen wir ja komplett Minecraft Vanilla durch. Und hier haben wir jetzt einfach den Fokus auf die Dorfbewohner. Ja, und ich würde sagen, das Haus machen wir dann hier in dem Bereich so hin. Und wir haben ja auch gesehen, hier vorne haben wir schon ein Meer und ja, Wasser ist jetzt ein bisschen bläulicher. Liegt einfach daran, dass wir hier auf der 1.12 sind. Und ja, wir hätten ja auch potenziell die Möglichkeit, da noch einen Hafen hinzuklatschen. Wäre auch nicht schlecht. Und ich würde dann jetzt erstmal sagen, wir bauen das Hauptgebäude, also Rathaus, bauen wir hier hin mit Blickrichtung, also mit dem Eingang zum Meer ausgerichtet. Finde ich, glaube ich, die beste Variante. Und dann würde ich jetzt als erstes natürlich mal ein Crafting-Table machen, damit wir hier auch loscraften können. Und dann machen wir uns jetzt erstmal zwei Truhen, beziehungsweise eine Doppelkiste, damit wir auch hier die Baumaterialien reinlegen können und alles. Und ich würde sagen, fange ich erstmal mit dem Grundriss an. Ich werde das, ja den Bauvorgang ein bisschen beschleunigen, damit es nicht allzu langweilig ist. Und ich würde sagen, machen wir erstmal den Grundriss. So, da haben wir jetzt erstmal den Grundriss. Und ich würde sagen, da kann man doch drauf aufbauen, oder? Ich versuche auf jeden Fall auch die Gebäude nicht so quadratisch zu bauen, sondern ja auch schon halt so, dass es passt und auch schön aussieht, würde ich sagen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal ein paar Beispiele haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Um die Villager hier wohnen lassen zu können, brauchen wir auch noch weitere Ressourcen, die jetzt nicht in der Startertruhe dabei waren. Wir werden noch Eisen unter anderem brauchen, das heißt wir kommen doch nicht ganz um dieses Mining drumherum, aber das werde ich dann so machen, dass man es jetzt nicht komplett sieht. Auf jeden Fall werden wir dann gleich ein bisschen was an Eisen holen müssen, denn ich brauche auch noch ein Bett, denn sonst werden die Nächte ziemlich schwierig, denn wir haben ja noch keine Rüstung. Naja, aber wir haben ja immerhin schon die Dia-Sachen, die waren ja drin und damit kann man dann immerhin sich auch gut dann versorgen am Anfang. Aber so weit werden wir dann auch noch arbeiten müssen. Danach, sobald wir einen Villager haben, der dann auch Minenarbeiter von Beruf ist, können wir dann auch denen das machen lassen und haben dann erstmal genug gefarmt. Ich würde dann erstmal machen, Obergeschoss kommt noch drauf und Dach auch, dass wir dann soweit das Gebäude fertig haben. Ich würde es auch auf jeden Fall so machen, das erste Gebäude, was wir jetzt hier bauen, machen wir auf jeden Fall auch ordentlich, dass das auch gut aussieht und alles. Dann geht's weiter. Leute, ich habe sogar noch eine Mod reingepackt, obwohl, habe ich doch nicht. Ja gut, ich, wir können ja in der 1.12 leider nur die Oak-Trapdoors machen, ist ein bisschen bitter und das ist die erste Stelle, wo ich sagen würde, da packen wir glaube ich mal eine Mod für rein, weil ich will unbedingt mit den, mit auch die anderen Trapdoors machen können und nicht nur die Dinger, deswegen machen wir das mal eben. So Leute, gesagt, getan, wir haben jetzt eine Mod hier drin, die auch aus Oak-Trapdoors unsere Spruce-Trapdoors machen können. Ist zwar nicht das gleiche Rezept, wir müssen erst die Trapdoors aus dem normalen Holz machen und dann können wir erst die Dinger machen, aber immerhin haben wir jetzt die Dinger und dann können wir auch hier anständig bauen. Ja gut, ihr seht hier kleinen Zwischenstand, Obergeschoss ist soweit schon mal vorgezeichnet, sagt man das so? Keine Ahnung. Und hier unten bin ich gerade noch am Verzierungen machen. So Leute, wieder kleiner Zwischenschritt, ihr seht, ich habe hier Vordach gebaut, hier schon mal so angefangen mit dem Dach so ein bisschen, hier soll dann ein Balkon hin, würde ich mal sagen. Und ja, mir gehen langsam wirklich die Materialien aus, viel Holz habe ich nicht mehr, aber wenn es so passt, ja, es sollte eigentlich knapp hinkommen. Ich versuche auch die Häuser nicht überzudimensionieren, weil hier im Rathaus oder in der Town Hall, da müssen halt nur zwei Villager sein und hier oben könnte man dann eine Wohnung für die Villager, beziehungsweise ja eine Wohnung für mich reinpacken, weil ich muss ja auch noch irgendwo schlafen können und so. Aber naja, ich versuche auf jeden Fall hier jetzt mit den Materialien noch hinzukommen und dann gibt es gleich wieder einen kleinen Zwischenschritt, wenn es fertig ist, würde ich sagen. Ja, bis gleich. Eine Ewigkeit später. Leute, wenn wir uns jetzt mal umdrehen, ich habe das Haus fertig gemacht und ja, hat gerade so gereicht mit dem Holz, okay, wir haben noch etwas hier drin, einen guten Stack an Holz, aber es wurde echt knapp, ihr seht schon, hier ist so ein Balkon drauf, Schornstein dran, okay, Fenster fehlen jetzt noch, können wir nachher noch machen. Aber ihr seht jetzt mal im Großen, äh, ja, das habt ihr jetzt nicht gesehen, das mache ich gleich noch. Naja, auf jeden Fall, ihr seht, habe ich auf jeden Fall so mittelalterlich gehalten, hier vorne so einen Vorplatz schon mal gemacht mit der Schaufel und wenn wir hier reingehen, hier ist so ein Nebenraum, da habe ich erstmal so Crafting Table, Truhen und einen Ofen. Und bevor wir jetzt hier irgendetwas machen und weggehen, können wir mal eben ausleuchten, habe ich auch extra eine Mod für installiert und zwar machen wir jetzt erstmal, ja, hier stellen wir die Dinger erstmal auf den Boden und ihr seht, zweites Geschoss gibt es auch noch, hauen wir die mal hier hin. Und ja, ich würde sagen, sieht bis jetzt ganz gut aus und dann können wir eigentlich gleich auch eine Town Hall draus machen, hier oben würde ich allerdings auch ausleuchten, so, haben wir das schon mal. Ja, ja, dann brauchen wir jetzt natürlich noch ein Bett, denn die Nächte sind nicht fern und ich würde sagen, dann können wir aus dem Gebäude jetzt erstmal eine Town Hall machen, beziehungsweise, wir sehen hier sind ein paar Schafe, ich glaube ich hole jetzt erstmal Eisen für, ja, für eine, für ein Bett, so. Na, hier haben wir jetzt immerhin gut, dass hier noch Höhlen in der Nähe sind, bei den Schweinchen hier sind auch direkt die Schafe. Hm, da würde ich nicht reingehen, was haben wir hier? Hier ist auch eine Höhle. Ah, okay, hier haben wir direkt ein bisschen Eisen, das ist schon mal gut. Boah, ich dachte kurz, die Fledermaus wäre ein Mob, ey. Mach mir das mal eben zu hier, bevor da irgendetwas rausgekrabbelt kommt, da hätte ich nämlich nicht so viel Bock drauf. Und dann können wir uns mal eben hier das Eisen snacken, vielleicht ist da noch Kohle bei, nee. Ja gut, wir können uns aber noch Holzkohle machen, wir haben ja immerhin genug Holz, acht Eisen schon mal, ist nicht schlecht. Was wir auf jeden Fall beachten müssen, wenn wir hier beim Dorf dann später hier das Dorf haben, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier diese Löcher im Boden mal verschließen, damit uns die Villager nicht reinfallen und wir sehen schon, Sonne nähert sich dem Untergang. Essen bräuchte ich auch mal, ich darf nicht so viel sprinten, ey. Schmelzen wir das mal eben durch, wir haben ja immerhin eine Kohle noch und dann würde ich mal eben, während das durchschmelzt, noch schnell Sand holen, damit wir, ja, die Fenster machen können, weil sonst hauen die Villager uns ab, das wäre nicht so toll. Ja okay, die hauen nicht ab, aber die würden dann nach draußen gehen können, was nicht so toll wäre. Ich würde auf jeden Fall auch darauf achten, dass wir den Strand halt so aussehen lassen, als ob wir hier nichts weggefarmt hätten, weil wenn wir dann hier so einen Krater direkt neben dem Dorf haben, ist nicht so toll. Dann holen wir uns jetzt schnell die Wolle, craften uns das Bett und schmeißen uns da rein, bevor die bösen Mobs kommen. Okay, wir machen eine Schere schnell zu den Schafen. Wir brauchen drei Wolle, zwei Wolle haben wir und jetzt sollten wir genug haben. Ach, wir haben auch nur noch drei Hunger, das ist kritisch. Bett, 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 schnell her damit. Boah, schnell reinlegen. Und dann machen wir jetzt mal wieder Tag, Leute. Das war knapp. Okay, aber der Hunger kickt jetzt langsam auch rein. Ich würde das Bett erstmal hier oben hinstellen. Und jetzt müssen wir uns noch was zum Essen besorgen. Wir haben ja die Weizen-Seeds, aber wir sehen durch die World Generator-Mod haben wir hier auch tatsächlich... Okay, Hexe ist hier auch. Wir haben tatsächlich hier Weizen, was hier einfach random wächst. Ist auf jeden Fall sehr nice. Das pflanzen wir direkt mal wieder an. Weil dann können wir uns hier auch schon mal ein bisschen Brot machen. Wir haben nur noch einen Hunger. Ich darf jetzt nicht mehr sprinten. Sonst haben wir ein großes Problem. Okay, sieben Weizen dürfte erstmal reichen. Und ja, ich laufe dann erstmal langsam zur Base zurück, beziehungsweise zur Town Hall. Okay, zwei Brot. Das sollte uns erstmal retten. Okay, wir haben jetzt erstmal genug. Wir haben hier sogar noch Sugarcane. Das können wir auch noch eben mitnehmen. Und dann hauen wir einfach mal hier die Dinger hin. Dann haben wir auch erstmal die Grundnahrungsquelle für den Anfang. Das sollte auf jeden Fall für den Anfang genügen, dass wir hier nicht verhungern. Dann können wir hier das Zuckerrohr mal eben wieder hinklatschen. Gut, dann können wir jetzt noch eben uns das Glas schnappen. Dann machen wir uns schon mal ein paar Glasscheiben. Und dann hauen wir die hier rein. Und dann können wir jetzt endlich die ersten Villager herbeirufen. Tag ist auch noch nicht ganz vorbei. Und dann würde ich sagen, markieren wir dieses Haus mal als unser Rathaus. So, wir sehen, wenn es so leuchtet, dann haben wir hier schon. Dann wird es erkannt, das Gebäude. Wenn es nicht leuchten würde, dann wird das Gebäude nicht erkannt. Schon mal so. Ich habe die Mod schon mal gespielt. Ist aber schon über ein Jahr her. Ich würde schon sagen, so eineinhalb Jahre. Gegen Ende 2019 habe ich schon mal die Mod gespielt. Und eigentlich müssten jetzt hier... Oh, da sind sie auch schon, die beiden Typen. Und zwar haben wir hier den Tradesman und den Architekt. Und eine neue Truhe. Aber vorher gucken wir uns die beiden Typen mal an. Wir haben jetzt den Tradesman. Der verkauft die Berufe. Und zwar haben wir hier den Droiden für zwölf Emeralds. Cleric, Lumberjack, also Holzfäller, den Chefkoch. Und der Architekt sagt eigentlich schon der Name. Der verkauft uns die Gebäude. Da haben wir hier zum einen die Taverne, Schule. Ja, okay, die ganzen Stellen. Was ist das? Meinschaft. Okay, damit markieren wir dann die Minenschächte für die Miner. Dann war es das erstmal von den beiden Typen. Dann gucken wir mal hier rein. Wir bekommen zum Anfang, wenn wir die beiden Typen hier spawnen, Dann bekommen wir hier ein paar Sachen. Und zwar bekommen wir zwei Berufe. Einmal Holzfäller und den Farmer. Der Farmer holt dann einfach ein bisschen Weizen und sowas ran, würde ich sagen. Und noch ein Haus für die beiden, wo die drin pennen können. Ach ja, und ein Lager. Stimmt. Gut, das wären dann erstmal die Dinger. Und. Ach ja. Yo. Hier sind auch schon die ersten Leute, die hier gern arbeiten würden. Aber, ey, jetzt hauen die ab. Ich wollte das eigentlich noch zeigen. Der. So, der Merchant, der. Verkauft auch Sachen. Hä, wo ist er jetzt? Ist er despawned? Er ist einfach weg. Okay, aber die beiden Typen hier. Ne, okay, die rennen jetzt weg, weil Nacht wir dann. Auf jeden Fall sowas. So eine Konstellation kommt je. An jedem Minecraft Tag ist so ähnlich wie der. Wondering Trader in der 1.14. Nur, dass die halt jeden Tag kommen. Und vom Merchant, da kann man auch Sachen kaufen und verkaufen. Und der hat auch gerne mal so zwei Typen hier. Beziehungsweise auch Frauen bei sich im Gepäck, sage ich mal. Die, die wir dann hier im Dorf engagieren können. Gut, neuer Tag. Und, ja, wir hätten jetzt die beiden Typen, beziehungsweise den einen Typen und die Frau, die jetzt beim Merchant dabei waren, hätten wir eigentlich schon Berufe geben können. Hätte jetzt aber noch keinen Sinn gemacht. Denn, damit das richtig funktioniert, brauchen die auch ein Gebäude, wo die drin pennen können. Also hier, Home. Zwei Betten können da rein. Und da können dann auch zwei Leute drin wohnen. Und die brauchen auch ein Lager, wo die dann Items rausholen können und reinholen können. Aber, wie schon gesagt, die kommen jeden Tag neu. Ich würde auch mal eben schauen wegen der Dorfgrenze. Weil die müsste hier auch irgendwo sein. Ja, 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 hier. Okay, das sieht sehr komisch aus mit der Hand. Auf jeden Fall, ihr seht hier diese blaue Wand. Und, ja, das ist die Dorfgrenze. Das ist einfach, bis wo das Dorf gehen könnte. In diesem Gebiet könnten wir halt jetzt überall, ich sag mal, Gebäude reinbauen. Und die werden dann auch erkannt. Hier haben wir eine Ecke. Und das geht halt vom Rathaus immer 120 Blöcke in eine Richtung. Das heißt, hier haben wir einmal 120 Blöcke bis zu dieser Wand. Genau. Und das Gleiche gilt auch für die anderen beiden Seiten. Und in dem Bereich kann man halt eben die Gebäude und Anlagen, sag ich mal, für die Dorfbewohner hinbauen. Und, ja, ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge die ersten zwei Berufe. Bauen wir das Lager und ein kleines Haus für die. Wir müssen auf jeden Fall noch zwischendurch mal selber wieder farmen gehen. Am Anfang kommt man da nicht ganz rum. Und, ja, Leute, ich hoffe, ihr habt Bock und seid gehypt aufs neue Projekt. Und jetzt nochmal Erinnerung, schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr zwei Videos die Woche oder ein Video die Woche. Und, ja, damit würde ich dann sagen, wenn dir das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Freue ich mich sehr drüber. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao, Leute. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao.